Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Fortnite. Fortnite hat meinen Kanal damals groß gemacht. Und neben den ganzen tollen Love-Stories und tollen Momenten, die wir mit Fortnite haben, gibt es jetzt Kapitel 4. Und neben der Frage, die wir heute final, dank euch, beantworten werden, wer ist der schlechteste deutsche Spieler oder Spielerin Fortnites, Paluten oder ich, werden wir uns noch Kapitel 4 in Fortnite reinziehen. Denn es gibt so, so viel Neues. Beispielsweise gibt es jetzt viel größere und bessere Biome. Die Karte ist 30 bis 40 Prozent kleiner, weswegen gerade beim Battle Royale-Modus das Spieltempo schneller ist. Es wurde komplett grafisch überarbeitet mit der Unreal Engine 5. Es gibt jetzt hochwertige Raytracing-Reflektionen, gerade bei dem Wasser. Und neben diesen geilen Dirty Bikes, mit denen ihr übelst geile Stunts machen könnt, gibt es noch so, so, so viel mehr zu erleben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Und ihr habt heute die Möglichkeit, abzustimmen, wer der schlechtere Fortnite-Spieler oder Spielerin ist. Palle oder ich? Ich hoffentlich nicht. Seid also lieb in den Kommentaren. So, Leute, willkommen zu einer epischen Fortnite-Aufnahme. Zusammen mit Paluten und Maxi. Hallo. Ich will jetzt schon nicht mehr. Und Maxi muss heute schauen, dass Palle und ich ein epischen bekommen. Und danach werden wir schauen, wer der bessere Spieler ist. Oder der schlechtere. Paluten oder ich. Denn ich bin der Meinung, ich bin die schlechteste Spielerin. Ich bin rausgesprungen. Ich auch. Ich weiß, was ich tue. Ich schaff das niemals. So, ich würde sagen, ja, das sieht doch gut aus. Also, wieso muss ich ja nicht die Calls geben? Paluten ist doch der beste Fortnite-Spieler. Eine Maxi-Five muss ihr Call. Oh, ihr fliegt ja noch richtig runter. Ich habe schon mein Ding insgezündet. Äh, wie oft hast du schon Fortnite gespielt, Palle? Ähm, tausendmal. Echt? Tausendmal. Nein, weiß. Oh, ich habe eine Kiste. Wie viele epische Siege hast du schon? Mindestens einen, das weiß ich. Oh, ich liege. Nein, du bist ja wirklich der schlechteste Spieler. Ich dachte, ich könnte meinen Parachute noch mal rausholen. Bist du runtergefallen? Oh nein. Palle, ich fahre über dich rüber, okay? Ja, fahre über mich rüber, wenn ich fahre. Doch, doch, ich muss. Nein. Tschüss. Ach, guck mal, du schießt mich dann so weit weg. Ja, heb mich mal bitte auf. Auf gar keinen Fall. Maxi, das soll ich nicht wiederholen, Mann. So, warte. Komm her, Palle. Hier ist ein Baum, hier ist ein Baum. Jetzt musst du mal gucken. Maxi! Jetzt musst du schauen mal hier. Komm her, jetzt her. Krieg dich, krieg dich, komm her. Warte, wir schaffen das. Nein, du darfst doch nicht lang gehen. Warte, warte, jetzt. Bauer, er hat mich weggeschossen. Okay, aber Palle, du weißt, was ich gehört. Dafür möchte ich jetzt eine Umarmung. Nee. Doch. Hey! Maxi. Maxi. Sorry. Was seid ihr eigentlich für gemeine? Mensch, es ist Weihnachten, Mann. Es gibt mir einen Wirtle-Hack. Ich kann das nicht machen. Ah doch, ah hier. Ja, ja, das hör ich öfter. Da ist ein Gegner. Du machst es, Maxi. Super, super. Bisschen weiter oben, bisschen weiter unten. Sehr gut. Ab ihn. Ah! Okay, das ist also wirklich... Nein, ich bin doch nicht schön. Nein, ich bin da oben. Wo? Der ist Nock, der ist Nock. Da hinten, da vorne sind zwei. Jetzt kaputt machen. Warte, komm näher ran. Ja, da ist noch einer. Nein, nein, nicht, dass du aktivierst. Warum denn? Das ist doch toll. Das ist so ein T-Shirt-Contest. Wo sind denn die Gegner? Ah, da ist sie. Vorne beim Haus? Ja. Oh, getroffen. Kontrolliert angreifen. Holy shit, ich hab getroffen, Mann. Ich hab getroffen. Hier. Versteck dich hinter. Wo denn? Hinter dem Tanklaster. Ah. Da war die Person her. Mach den Tank aber nicht kaputt, dann kriegen die Leben. Ja, okay. Da ist er. Ja. Ja, ihr macht das. Töten. Hinter uns, oder? Ja, da beim Stein. Hinter der Wand. Ja, ich seh's. Richtig, mach die Wand kaputt. Shield ist kaputt. 60 White. Yeah. Ah, sehr gut. Ich komm noch gucken. Warte, den bring ich jetzt noch um. Äh, ich mein, ich lege ihn schlafen, so. Noch mehr Gegner? By the way, das sind gerade alle Spots, ne? Die Spots, weil... Nein. Das ist für uns alle die erste No-Bild-Runde, deswegen. Nee, ernsthaft? Ja. Aber alles gut, das weiß ja keiner. Ach man, Maxi, jetzt hast du mir so... Ich dachte gerade wirklich, ich bin gut. Doch, doch, du bist gut. Gut, hier ist Naruto. Ach man, deswegen spielen die so schlecht. Nein, red dir das nicht ein, die sind ganz gut. Doch, die wurden bestimmt alle beauftragt, damit wir uns spielen in der Aufnahme. Naruto. Hauptsache, du freust dich. Da vorne ist ein Hühnchen. Oh, äh... Wir müssen in die Zone. Hier, für dich. Oh, danke sehr. Oh, danke sehr. Mach ich beide. Hier, ich hab ein bisschen... Ich hab ein bisschen wunden Po, bitte. Danke. Ey, das weiß ich nicht so ganz, ob das noch hilft. Oh, da vorne ist einer. Oh, noch einer? Ja, Alter. Was für die Stoff. Ihr macht das schon. Also, es sind auf jeden Fall Bots, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, das sind Spieler. Also, jetzt mal ernsthaft. Nein, nein, nein. Okay. Die kassieren jetzt mit meiner Schrotflinde. Weil das sind keine Bots. Das sind keine Bots. Nein, nein. Überraschungsangriff von mir. Maxi, hast du uns extra eine Lobby gegeben, was wir uns gut fühlen? Nein, nein, nein. Ist die gut für Lobby? Gut, mach ich das. Guck, die käsen sich fast gegenseitig. Ich weiß... Was ist denn das? Quallen. Bringt die einem was? Ja, die bringen Schild, wenn da reingeh ich. Was war das? Ich reite auf einmal auf irgendein Tier. Das war eigentlich gar nicht gewollt. Oh, sehr gut. Er hat sie nicht mal gewehrt. Doch, doch. Die wehren sich. Du siehst es nur nicht. Ach, Mann. Da ist wieder ein Gegner bei SW246. Ja? Das ist auf jeden Fall... Der verhält sich auch ganz natürlich. Ist definitiv kein Bot. Wie ein normaler Spieler. Ja, ja. Also definitiv kein Bot. Was ist, wenn ich das mache? Dann, äh... Greifst du an. Soll ich? Soll ich pushen? Attacke. Da. Äh, geht runter. Okay, den hole ich mir. Nimm den Hammer mit. Nur nimm den Hammer. Nimm den Hammer. Okay. Let's go. Und dann mach Rechtsklick. Rechtsklick? Rechtsklick. Dann schießt du dich zu ihm hin so ein bisschen. Okay. Ja, ja, Rechtsklick. Oh, ich bin an ihm vorbeigeflogen. Und mit linken... Ja, draufhauen. Mein Kaputt. Zermatsch ihn. Er will nicht. Zermatsch ihn. Er will nicht. Ja, guck mal, wir fliehen. Aber er nimmt hier gar keinen Schaden. Die eine Person hat hier einen riesigen Hammer. Ich bin tot. Nein. Leute. Nein. Nein. Es war kein Bot. Au, 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 au. Ich bin auch fast tot. Ich bin auch fast tot. Nein. Oh, nein. When you tried your best. Sie finisht mich. Sie finisht mich. Oh, na, was machen wir? Ich kummel euch. Succeed. Oh, shit. Ach du. Das sind so viele. Hey, warum spiel ich zu dritt? Oh, nein. Wir wurden nicht vom Bots getötet. Nein. Was? Sind das wirklich Bots? Nein, das waren Spieler, glaube ich. Nein, das waren Bots. Das waren alle Spieler. Maxi, zeig, was ist innen gesteckt. Halle. Wir müssen gar nichts tun. Ich habe mich jetzt warm gespielt. Das sieht ja nice aus. Frenzy Field, so heißt das. Da war ich schon mal. Okay, ja. Sehr gerne. Mir gefällt... Sieht schön aus, oder? Ja, ich finde es richtig schön. Okay, welche Biogen gefällt dir am meisten? Ich glaube Herbst, weil ich liebe Herbst. Ah. Das ist gut. Ich bin in den Farben. Ich mag Winter. Ich bin Winterkind. Echt? Ja. Ich habe den nächsten Geburtstag. Ich hoffe, du kommst zu meiner Geburtstag. Wenn ich eingeladen bin. Ich mag aber Kälte gar nicht. Bei mir in der Wohnung ist es warm. Das ist gut. Dann mag ich den Winter. Okay. Ja, Pallu, du darfst auch kommen. Aber du wirst ähnlich kommen, weil du mich nicht magst. Ja. Aua, ich werde angeschossen. Ich werde angeschossen. Ich gehe in Deckung. Ja, habe ich gemacht. Oh ja, ich sehe es. Ich sehe es. Warte. Schön. Ich glaube an euch. Ihr macht das. Ich warte noch kurz. Aua, ich habe hier ein paar Problems. Sieht mir auch wieder sehr. Das sind normale Gegner. Oh mein Gott. Ja, ich merke es. Aua, der eine ist hier drin. Da links läuft einer. Abtacke. Komm, Rainer. Ja. Der eine ist auch noch im Busch. Der Sack. Au, 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 au. Hinter uns. Der ist weak. Geh da rein. Nur mein Fettig. Nur du. Der war gerade auf einem Wolf drauf. Ich bin verwirrt. Ja, ich habe ihn. Du kannst auf dem Wolf auch reiten, ja. Ja, aber die attackieren halt auch die ganze Zeit. Nein, guck, der ist jetzt freundlich. Der muss auf ihn drauf springen. Spring auf ihn drauf, dann gehört er dir. Okay, ist das eben echt ein Leben auch so mit Menschen? Nicht ganz. Aua, was ist denn mit dem Wolf los? Ich habe dir doch reichs getan. Der Wolf hat mich plötzlich angegriffen. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Das war wahrscheinlich nicht deiner, oder? Ich weiß es nicht. Komm, wir müssen in die Zone schnell. Der hat ja erst mal unterschießen. Eisbereich, ja. Oh, nö. Oh, das ist eine Höhle. Rein in die Höhle. Ich würde eher oben drauf, aber wir können auch, wenn ihr wollt, reingehen. Ich bin neugierig. Rein in die Höhle rein, ins Loch. Ach so, in die Höhle. Ich dachte hoch. Okay, wir fahren aber kurz einmal rein. Hui. Oh. Schön hier drin. Ach, war das hier mal Tilted Towers? Kann sein, ja. Ja, hier ist doch der Tower. Mann, Maxi. Ja, wir fahren jetzt hoch. Wir fahren hoch. Okay, wir holen uns den. Mit taktisch fahren wir jetzt kurz hier. Parken wir einmal. Die Dornen sind auch noch gegner. Okay, die schießen uns jetzt ab. Nein, nein, nein. Fahr, 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 fahr. Okay, ich fahr noch. Ich fahr noch. Ich fahr noch. Ich fahr. Fahr links rum. Links um den Berg rum. Okay, jetzt müssen wir einfach. Oh mein Gott. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Oh, das ist gut. Das ist gut. Fahr weiter, fahr weiter. Oh nein, ah, ich bin tot. Wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin? Ich über mich drüber. Ich bin im Wagen. Ich steige auf. Ah, Hilfe. Alle tot. Ja, sehr gut gemacht. Oh, super. Ich muss mich jetzt erstmal bandagieren. Braucht ihr noch irgendwie Heilung oder sowas? Nee, aber du brauchst Heilung hier. Ich hab schon, ich heil mich grad hoch mit nem Kit. Oh, da ist jemand. Oh nein, ich kann nicht bauen. Ich bin tot. Oh nein, oh mein Gott, was? Maxi? Alle von der Seite. Maxi, komm nach hinten. Ich hab nur noch 6 HP. Dann heil du die, heil du die. Okay, ich geh nach vorn. Ich opfer mich jetzt. Warte, ich belebe dich wieder. Ich belebe dich wieder. Einfach nur. Rechts, rechts, nur schießen. Rechts von dir, rechts von dir, rechts von dir. Ach, ich hab ihn gesehen. Okay, trotzdem hol ihn hoch, hol ihn hoch. Ja. Fünf Sekunden, vier. Nein. Nein. Ich wollte nur Palle auf dem Berg helfen. Da waren überall welche. Aber, Leute, zwei weitere Folgen findet ihr auf Maxis Kanalen, auf Paluten sein. Vielleicht haben wir da den epischen Sieg für euch. Ihr dürft auf jeden Fall in den Kommentaren entscheiden, wer ist schlechter und ein paar Minuten auf euch. Untertitelung. BR 2018